Hallo zusammen vom Husoma Hafen, angekommen jetzt im Garten. Sonnenblumen Teil 3 ist dran und lasst euch überraschen, vielleicht kriege ich noch Besuch, mal sehen, weiß ich nicht, ob das mit aufs Video kommt, aber die Nele hat sich angekündigt, vielleicht kommt der Sven, ich weiß es nicht. Die haben auch Sonnenblumen, die vorne rein sollen für das Projekt und ich bin mal gespannt, was der Tag sonst noch so bereithält. Lasst euch überraschen, ich lege mal los. So, bevor das an die Sonnenblumen geht, habe ich natürlich gleich drüber gestolpert, was ein kleines Gartenupdate angeht, was ich so ausgesät habe, angepflanzt, wie auch immer, das geht einmal im Schnelldurchlauf. Hier seht ihr Koriander, Rucola, man sieht es hier deutlich, Rucola, Thymian, das ist die Weiden, die kriegen überall Grün dran, voll schön, es wächst. Wie ihr sehen könnt, der Knoblauch wirft Schatten, da kommt überall was raus, ich bin total happy. Also wie ihr seht, Spinat gut am kommen. Und auch der Salat, hat glaube ich ein paar zu warme Tage gehabt, die Blätter sind heller, aber ich versorge sie mit Wasser und hoffe, dass das alles noch kommt, aber ich vertraue darauf, dass ich das schon irgendwie richtig angegangen bin. Ja, das Pflänzchen hat mal das Haupt gehoben, ist auf jeden Fall zu sehen. Und ansonsten, es gibt paar kleine Stellen, wo die Sonnenblumen tatsächlich schon durchkommen, ist aber noch nicht zeigenswert. Ich denke, beim nächsten Mal zeige ich euch da mehr. So ihr Lieben, da hinter mir wird das nächste entstehen, das nächste Hügelbeet-Kombo mit Sonnenblumen. Ich werde auf den Steinen quasi Erde oben aufhäufen, einfach mal testen, gucken, ob die Pflanzen vielleicht kleiner bleiben, ob die Wurzeln sich auch schön zur Seite ausbreiten. Was ich bisher so gelesen habe, braucht nicht eigentlich nach unten Luft. Einfach mal probieren, vielleicht klappt es trotzdem. Ja, womit lege ich los? Ich hole mir jetzt die Schubkarre und dann hole ich Totholz. Musik Bis zum nächsten Mal. 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 So, das Totholz ist verteilt soweit. Bis zum nächsten Mal. Jetzt kommt die Erde und ein bisschen Nährstoffe und ich werde da ein bisschen was drin verteilen. Weiter geht's. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.